Hallo, Up, Up, Down, Down mit der Drehung. Das ist die gleiche Bewegung, die ich eben gezeigt habe, nur dass wir einen Q angeben, der den anderen Mädels in der Truppe sagt, ich möchte mich drehen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir kennen den Up, Up, Down, Down. Die normale Bewegung sieht wie folgt aus. Up, Up, Down, Down, Up, Up, Down, Down. Wenn ich drehen möchte, schaue ich beim vierten Zähler über die rechte Schulter und dann wird die Bewegung in die drei Ecken gemacht. Das heißt, ich mache sie nach vorne, ich mache sie nach rechts hinten, ich mache sie nach links hinten und ich mache sie wieder nach vorne. Also ich zähle es einmal vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann in die andere Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und abschließend wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit ist dann die Bewegung abgeschlossen. Und das nach vorne. 7, 8. 8, 19, 11. 10, 11, 12.